Du bist verlobt und bist gerade dabei, eure Hochzeit zu planen und wünscht dir eine freie Trauung, die perfekt zu euch passt. Bestimmt kennt ihr das auch. Ihr seid bei Instagram und Google unterwegs, schaut euch ganz viele Redner an, aber am Ende hat es noch nicht so richtig gepasst. Entweder war noch gar nicht der richtige Redner dabei oder ihr habt euch bisher noch nicht so richtig abgeholt geführt. Vielleicht wisst ihr auch noch gar nicht so richtig, was ihr überhaupt wollt. Dabei ist es dir ja auch nur wichtig, eine Trauung zu erleben, die so individuell ist, wie ihr als Paar seid. Ihr wollt eure Wünsche und Vorstellungen einbringen, damit ihr eine Trauung erlebt, die perfekt zu euch passt. Eine Trauung, bei der man hier und da mal lachen kann, bei der vielleicht auch mal ein Tränchen fließt. Einfach ein emotionales Highlight mit all euren Liebsten, das ihr gemeinsam erleben könnt. Und jetzt stell dir mal vor, das wäre schon genauso. Du bist deiner Traumaufzeit einen großen Schritt näher gekommen, denn du hast den perfekten Redner gefunden. Und gemeinsam bereitet ihr eure Traurrede vor, so wie du es dir gewünscht hast. Hey ihr zwei, mein Name ist Uli und mit meiner lockeren und humorvollen Art ermögliche ich Brautpaaren, ihre freie Trauung mit der richtigen Mischung aus Spaß, Humor und Authentizität zu verwirklichen, damit sie ihre Liebesgeschichte erneut erleben kann. Und vielleicht denkst du jetzt, na ist ja alles schön und gut. Wir haben einige Redner gesehen und wir haben einige angefragt, aber so richtig hat noch keiner zu uns gepasst. Warum sollte das jetzt anders sein? Seit mehr als zehn Jahren arbeite ich ja auch als Hochzeitsplaner und habe da viele Trauungen erlebt, die mir irgendwie zu steif und zu aufgesetzt wirkten. Ich bin ja selber ein sehr lockerer, ich bin ein humorvoller Mensch und ich habe genau diese Eigenschaften in meine Trauungen gepackt und habe so eine ganz besondere Mischung entwickelt. Meine Trauungen sind authentisch, sie sind persönlich, sie sind humorvoll und natürlich auch ein bisschen romantisch. Jetzt haben bereits schon über 150 Paare gemeinsam mit mir Ja gesagt. Damit du dir vorstellen kannst, wie das alles so für eure Trauung ablaufen würde. Wir starten mit dem ersten Kennenlernen, schauen, ob die Chemie stimmt und wie ihr eure Trauung euch so vorstellt. Erst dadurch kann ich natürlich dann im zweiten Schritt das Traugespräch mit euch durchführen. Da erzählt ihr mir ganz in Ruhe alles über eure Liebesgeschichte, damit ich dann eure ganz persönliche Traurede perfekt auf euch zugeschnitten schreiben kann. Anschließend führe ich dann natürlich im dritten Schritt die freie Trauung am Tag eurer Hochzeit durch. Ich bringe alles mit, ich kümmere mich um alles, ihr braucht euch um nichts kümmern, sondern einfach nur Ja sagen. Und damit ihr auch noch Jahre später von diesem Moment zählen könnt, bekommt ihr im vierten Schritt eure Rede zugeschickt, um so immer wieder in Erinnerung schwelgen zu können. Und wenn du jetzt sagst, hey, das hört sich doch interessant an und dich fragst, wie genau das wir deine Trauung umsetzen können, dann melde dich jetzt an für eine kostenfreie Kennenlernsession, wo ich dir genau das zeige. Naja, und wenn die Chemie zwischen uns stimmt, dann legen wir gemeinsam los, um deine freie Trauung nach deinen Vorstellungen zu verwirken. So, und jetzt bist du dran. Suchst du noch den passenden Redner oder bist du schon dabei, deine Trauung zu planen? Also wenn das gut für dich klingt, dann klicke jetzt hier unten auf den Button oder Link und melde dich jetzt an für deine kostenfreie Kennenlernsession. Ich freue mich auf euch.